Schauen wir mal, ob wir da durchkommen. Mehr wollten wir erstmal nicht. Nur, dass wir zur Not wissen, wo wir anschließen können. Dann der Eingang raus. So, was hat er gesagt, was brauchen wir für unseren, für unsere kleine Achterwander, für diese Süße, für die ist wirklich schön. So, wie immer, so und jetzt auf der linken Ecke, ich gehe noch weiter rum, aber mit dem Eintrittspreis, so wirst du mich wundern. Oh, 25. Ähm, ich bin zu weit gedreht, ich muss doch. So, hier sind die. So. Was machst du? Woher gehst du nicht hier? Ah. Da bist du aber ziemlich hoch. Da bist du gar nicht. So hoch sollst du gar nicht. Oh. Es reicht nämlich, wenn du da lang schleichst. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 so lang oder so lang so lang muss ich bauen wenn ich wenn ich eine chance haben will warum nicht hey hallo denkst du jetzt wieder es ist zu tief überall oder was dann baust du sie eben hier so baust sie eben hier hin ok was hast du für bist du für ein blödes ding die nutzen das richtig aus dass mir ihr geld verdient schon wollen sie bisschen wahrscheinlich war hier geht ist er feuer noch was schoen kann sie jetzt bauen oder kann sie man nicht bauen Das ist ja mal eine Ansage. Das ist ja mal eine Ansage. So, dann bauen wir erstmal die Pizzeria überall noch hin. Aber was zu trinken, was zu trinken wäre mir für die Leute lieber gewesen. So, dann... hier natürlich auch. So, dann hier hin. Jetzt so wieder. Ja... Habt ihr nicht zwischendurch wenigstens irgendwas zu trinken schonmal? Nein. Hotdog ist auch noch hin gekommen zwischendurch. Hotdog. Hotdog. Hotdog da. Hotdog kostet 1,20. Hotdog kostet 1,20. Wir sind ja hier im Westen. Jetzt hätte ich mir Bockwurst im Osten mit 80 Pfennig und 5 Pfennig mit Brötchen. Die Zeit sind ja vorbei. Also 1,20. Wir haben ja schlusslich auch Ausgaben. Brötchen kostet alleine schon 50. So. Wollte ich ja nur mal sagen. Und erst jetzt... Wo kann die 3 der Astro-Bukraine kommt mehr. Wo wir ja nicht verhungern wollen. Dann bezahlen wir eben. Also ich... Keine Ahnung was jetzt Brötchen kostet. Ich traue mich ja auch nicht zu fahren. Ich musste meine Chalet stehen einkaufen. Und die hat meine Frau immer. Hotdog ist mir klar... Hotdog... Hotdog... Ach so... Hier vorne kann ich aber noch einen Hotdog. Hier kann noch... Da noch einen Hotdog. Hotdog. So. Ja... Drei... Drei S-Stellen nach S-Stellen. So, jetzt wollte ich ja gucken, ich glaube, so macht es hier das Beste, ne? Ach, das ist ja... Das ist aber tief, ne? Ja, da können wir doch so ein schnödes, schnödes, schnödes Wasser, Wasser, Wasser... Vergnügungsteil bauen hier, so ein Ruderboot, Ruderbootstrecke. Für Achterbahn ist aber ein bisschen tief, ne? Da ist noch, guck mal, da ist er auch noch. Wo sind wir denn? September. Im September. So, jetzt muss ich natürlich erstmal, erstmal planen. Welchen September haben wir denn? 10. September, ne? Da warten wir noch ein klein bisschen. Ah, der war das, ne? Ja, jetzt geht die Guckerei wieder los. Wo lang? Uh-huh. 4.500. Ach, 4.500, ey. Komm, komm, komm. Oh, ich hab' den... September. Befriedigend ist das ja nicht einfach nur zu gucken hier. Wenn unsere Barschaft auf einmal sprunghaft dadurch immer in die Höhe schnellen würde dann würde sich das Gucken ja auch lohnen, aber macht es ja auch nicht. Das macht es ja auch nicht. So, jetzt schmeißen wir die Werbetrommel an. Ja, da geht ja um wir Geld. Dafür brauchen wir auch Geld. Zwei Schiffschirkeln. Haben wir nicht gerade Attraktion gewählt? Spreisen wir Getränke. Können wir am Eis lutschen. Am Eis können wir lutschen dann mal was für sie ein bisschen feucht, was feuchtes haben wollen. So, aber das war wichtig. Jetzt sollten sie kommen. Die Besucher. Besucher. Nicht die Zuschauer. Die Besucher. Nicht die Zuschauer. Nicht die Zuschauer. Die Besucher. Zuschauer sind ja die, die mit nur gucken und nicht anfassen. Die Besucher sind dann die anderen, die schon ein Level ab sind. Die dürfen dann auch mit anfassen. 1090 Nuts. Oops. Das ist eine Maus. So, jetzt habe ich natürlich schon wieder vergessen, dass unser HW 4500 für die Achterbahn, die wir da hinbauen wollten. Mini-Achterbahn. Ne, das auch nicht. Ach, die war das. Wir haben schon Oktober. Die würde ich ja wenigstens noch anschließen. Ja, das ist Achterbahn im Weg. Dann sag mir doch mal, dann nimm deine Schilder weg. Sag mir doch, wo die Achterbahn nicht im Weg ist. Doch hier auf der Seite oder was. So, testen. Wir testen. Wir testen. Die sind aus dem Weg. Sehr gut. So. So, und jetzt rum. Okay, so, und der, und hier raus, geht auch gerade, aha, okay, ist eben noch da, so, so, und dann gehst du von hier aus. Ich bin mal schön vorsichtig, nicht dass er hier noch ins Wasser fällt. Ja. Und bekloppen. Ja. 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 Genau, und jetzt mach's. Ja. 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 Der ist ertrunken, wobei, der Weg war noch nicht beigegeben und nichts. Der Weg war noch nicht beigegeben und nichts. Der Weg war weg, ehrlich gesagt. Ich muss ja wohl sehen, dass das Motor ist. Das ist nichts benötigt, Frau Onkel. So. Und die Dings wollte ich doch noch bauen. Die Baumstamm... Baumstammrutscher? Nee, Baumstammrutscher haben wir, weil wir brauchen. Wo ist die denn hin? Ja, die würde ich noch bauen. Weil die einfach nur geil ist. Das ist wirklich so ein schönes Ding. So lang ist es zu. So lang ist es zu groß. Oder auch nicht. Okay, so. Ey, ich muss ja runter, oder? Hoch. Fußweg im Weg. Mach's mir an. Wieso ist das so tief? Okay. Es verkacken die wieder. Pass auf. So. Ich will wieder ersaufen. Okay. So. So. Appo. So. 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 Also, ich hab da. Wie ins engineers schon mal. So, ihr fragt, was urspring dich aufz Per目en? Okay. 20 Minuten. 2 Euro. Ach, schön. So, dann lass mich... Prima. Dann lass mich die noch schnell färten. 2 Euro. Dann kann ich die noch anmachen. So, dann kann ich natürlich auch den Eintrittspreis hochschrauben. Den wir ja schon bei 40 hatten. Also. So. Okay. Doch, das war ein schöner Park. War wirklich entspannt. So wie ich das mag. Okay. So. So. So.